Wie wichtig ist der Termin für Sie, um eben auch so ein Feedback zu kriegen? Sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Und wir haben auch in den ersten Jahren, als wir hier sind, ich glaube, es ist jetzt das achte Mal, dass wir hier sind, haben wir auch in den ersten Jahren Fragebögen vorbereitet, um auch vor allen Dingen zu lernen, welche Wege gehen die Patienten, also welche Schritte gehen die Patienten, zu welchem Arzt gehen sie zunächst. Und dann aber auch, um wirklich mehr auch über den Leidensdruck, über die Krankheit, wie sie sich auswirkt, zu hören. Und wir treffen im Laufe der Jahre natürlich jetzt auch auf Patienten, die auch mit unserem Produkt versorgt wurden, also die die Coils erhalten haben und zu hören, wie sie sich jetzt fühlen, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren. Manche Patienten sehe ich hier schon mit unserem Produkt jetzt im dritten oder vierten Jahr. Und es ist natürlich extrem spannend zu hören, denn sonst sehen wir die Patienten ja nicht mehr. Also wir hören praktisch nur von den Ärzten, es ist gelungen, nicht so gelungen. Also das ist insofern tolles Feedback, direktes Feedback von den Anwendern. Wie wichtig ist so eine Veranstaltung, die ja das Ziel hat, eben für Patienten da zu sein? Extrem wichtig. Deswegen investieren wir ja auch unter anderem. Hier kriegen die Patienten ja Antworten zu all ihren Fragen. Es sind ja nicht nur medizinische Fragen, es sind Fragen zu, wie komme ich an eine Reha? Wie wichtig ist Lungensport für mich? Also das ist ja, dieses Programm hat sich auch von Jahr zu Jahr immer verbessert. Es ist immer umfangreicher geworden. Und das auch eben in einer patientengerechten Sprache. Darauf legt, glaube ich, Familie Lingemann einen extrem großen Wert. Das hat sich auch, und wie gesagt, ich bin schon mehrfach hier gewesen, auch über die Jahre sehr, sehr verbessert. So eine Veranstaltung ist für die Patienten durchweg einfach nur eine positive Erfahrung und bringt sie weiter insgesamt mit ihrer Krankheit. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank.